Jo Leute willkommen auf euren Kanal ich zeige euch heute mal wieder den Shop doch bevor ich den Shop zeige wollte ich euch mal wieder nur sagen ihr könnt euch gerne abonnieren wenn ihr keine Shop Videos und andere Videos verpassen wollt so leute so sieht dann der Shop aus bei dem vorgeschickten Gängchen haben wir dann ein erster Schiller Heumann da war ja auch schon im gestrigen Shop schon drin und das halt nun weiblicher Version bei dem war es für 1500 V-Bucks passend dazu haben sie dann noch ein Hängeglätter für 1200 V-Bucks und dann noch eine Spitzhacke für 800 V-Bucks die hört sich dann so an bei den täglichen Gängchen haben wir dann ein erster Schiller Disco Party für 800 V-Bucks jetzt ein neuer Emote dann an zweiter Schiller haben wir dann Wackelauge das ist so ein Hängeglätter für 800 V-Bucks dann an dritter Schiller haben wir dann Kommando für 800 V-Bucks an vierter Schiller haben wir dann Spitzhacke für 1200 V-Bucks das ist ja vom Steel Gespür Set dann an vorliegter Schiller haben wir dann Sauber das ist ja eine Mode für 500 V-Bucks und an letzter Schiller haben wir dann Eisbrecher das ist so ein Spitzhacke für 500 V-Bucks die hört sich dann so an so Leute das war's dann mit dem Job ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Like da Abo natürlich muss sein und tschüss bis zum nächsten Mal